Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Ich bin Belias und das ist Part 4. Zuletzt haben wir einen Myrapla gefangen, haben es Naoko genannt und haben unser gutes Cellast jetzt auf dem PC verbannt. Was wir heute machen werden, ist auf Altenjagd gehen in Jubelstadt. Und zwar gehen wir dafür hier nach links raus. Hier geht es nämlich nach draußen zu einem Angelsteg, sag ich jetzt mal, oder Bootssteg, wo wir einen X-Treffer finden. Und hier in einem Häuschen, in einem Übergangshäuschen, sprechen wir mit dem Angler. Und wenn wir dem zustimmen, dass eine Angel gut ist, dann schenkt er uns auch eine Angel. Die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, da wir nicht vorhaben, einen Kaper dort zu fangen. Auch wenn ich sagen muss, dass Kaperdor bzw. Garados mein absolutes Lieblings-Pokémon ist, muss ich dazu sagen, es ist ja kein Pflanzen-Pokémon, deswegen werde ich es auch nicht ins Team aufnehmen. Und wir werden garantiert keinen Kaperdor zum Surfen benötigen. So, das nächste Item, nach dem wir suchen, dürfte hier irgendwo in der Nähe sein. Da nicht. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das normalerweise war. Kann sein, dass das irgendwo hier ist. Ich glaube hier. Hier in der Nähe. Komisch. Ah, da ist es doch. Ein Trank. Fehlt uns nur noch ein Item. Was man hier so bekommen kann in der Stadt. Dürfte doch in diesem Apartment sein. Genau, dieses Mädchen schenkt uns hier ein Item. Und zwar eine Flinkklaue. Und die rüsten wir auch gleich unserem Sparta aus. Sparta, Item geben. Wo ist sie denn, unsere Flinkklaue? Sind wir da vorbeigegangen? Ach da, Flinkklaue. So, dann hat unser Sparta mal die Flinkklaue. Was wir jetzt machen werden. HP-mäßig. Ist es in Ordnung so im Moment. Wir werden in den... Ach, gehen wir trotzdem mal zum Pokémon Center. Spulen das Ganze vor. Und begeben uns jetzt in den Supermarkt. Denn, wie ihr gemerkt habt, man wird ganz schön schnell hier in diesem Heck paralysiert oder vergiftet. Sprich, wir müssen uns definitiv ein bisschen mit Items eindecken. Ich würde sagen, drei Paraheiler und fünf Gegengiften werden erstmal reichen. Wir finden ja Altyms auch so auf dem Weg noch. Und so langsam dämmert es bei uns hier im Spiel. Was wir jetzt machen, ist die Trainer hier oben zusammen stauchen. Oh, ein schwächlich wirkender Trainer. Willst du gegen mich antreten? Na, schwächlich ist relativ. Das werden wir gleich sehen. Böre Sabina mit Knospi. Hat keine Chance gegen Sparta. Und Ruckzuck-Keep ist der in 0, nichts weg vom Fenster. Wachstum bringt dir jetzt auch nichts mehr, deine Statuswerte zu verbessern. Der nächste Ruckzuck-Keep. Und du greist ins Bas. Äh, du. Greist ins Bas. Toller Versprecher. Beißt ins Gras, meinte ich eigentlich. Oh, Mann. Und so ein Kern. Den werden wir auch mit Ruckzuck-Keep vom Feld schweigen. Wie gesagt, Wachstum bringt dir gar nichts. Und dieser Effekt, den man gerade gesehen hat, war übrigens von der Flinkklaue. Die wirkt nämlich folgendermaßen. Und wenn von der Geschwindigkeit du mit dem Gegner oder deinem Pokémon mit dem gegnerischen Pokémon ein Unentschieden hätte, also ungefähr gleich hohe Geschwindigkeit hätten, dann zieht deins trotzdem zuerst durch, durch die Flinkklaue. Greift also trotzdem zuerst an. Tuscar. Level 8. Hat der nicht gerade was von Carpador gesagt? Komisches Carpador. Mit so viel Stacheln. Aber Tuscar verkloppen wir auch. Dann ist der weg vom Fenster. Zwei Ruckzuck-Keep. Und das etwas vor Levin hat sich ausgezahlt. Dortwurzel. Das ist ein sehr interessantes Pokémon. Ich werde mich auch noch bis zum nächsten Part erkundigen, wo man den Loturzel fängt. Beziehungsweise ich werde mich vielleicht jetzt demnächst noch erkundigen, weil der echt interessant wäre für unser Team. Da der Pflanze Wasser ist. Verfolgung will unser guter Sparta erlernen. Das nehmen wir dankend an gegen den Silberblick, den wir wahrscheinlich eh ganz selten benutzen würden. Und da kommt zwar Murzel. Level 8 ist kein Gegner für uns. Oh. Hält ein bisschen mehr aus und kann Geduld. Geduld kann gefährlich sein. Jetzt müssen wir schneller sein. Dann haben wir es geschafft. Ja. Und Geduld hat nicht... Oder ist nicht zum Zug gekommen. Teenager Knut wurde besiegt. Und... Hey! Sparta entwickelt sich! Das ist doch mal klasse. Kommt genau richtig. Glückwunsch! Dein Sparta wurde zu Reptain! Oder Reptain! Wie vielleicht die Deutschen sagen. Zornklinge. Ich denke, wir können Pfund entbehren für Zornklinge. Da Pfund und Ruckzuckieb genau den gleichen Schadenswert haben und Ruckzuckieb ja besser ist als Pfund. Na, das ist doch klasse. Und unser Sparta hat sich entwickelt. So wollen wir das sehen. Was wir jetzt machen... Ist nicht Lockduft schlechter Angewohnheit immer das erste im Menü auszuwählen. Was wir machen wollten, ist eigentlich... Naoko eintauschen. Und Naoko ein bisschen leveln. Die Frage ist nur, lohnt sich das hier? Werden wir gleich sehen. Ich habe fast gedacht, das sind nämlich auch alles nur Pflanzen-Pokémon. Wir müssen mal gucken, was Naoko für Skills hat. Was für Moves es hat. Säure kommt uns sehr gelegen. Das ist nämlich Gift und Gift hat Vorteil gegenüber Pflanze. Das ist also der perfekte Ort, um unsere Naoko zu leveln. Oh, hat gar keinen Vorteil? Dann habe ich mich geirrt. Schande, Schande, Schande. Aber ich würde sagen, es reicht trotzdem aus, um ein bisschen zu leveln. Zumindest zwei, drei Level so. Und das Ganze spulen wir ein bisschen vor. Damit ihr nicht nur leveln seht. Und Trainerkampf. Hoffentlich hält Naoko diesen Trainerkampf aus, sonst müssen wir so auswechseln. Fünf Pokémons. Auch noch Käfer. Die Vorteil gegenüber Pflanze haben. Na super. Mal gucken, was Gift hier macht. Ah, Gift ist ganz gut. Also, Säure. Das gibt den Level ab und Level 10. Kommt Schalocco in den Kampf. Schalocco ist auch so ein... Wie hieß der doch noch gleich? In der ersten Generation. Safkorn. Das dümmste Pokémon aller Zeiten. Schalocco ist auch so ein Kandidat. Was? Da ist hier, was ist der weiße ist. Ich weiß ja, was ist der noch. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht ein Level ab ist. Oh, nicht ganz. Panikkon ist auch wieder so ein Kollege. Das ist ein ganz intellektueller Kollege. Der Panikon. Der kann nämlich eine Vielzahl an Attacken. Herrdner, Herrdner. Und wenn es ganz hart kommt, kommt er nochmal Herrdner. So, das ist aber ein klares Level ab. Oh, gut, gut. Und Myrapla. Mal sehen, welches Level der hier Myrapla ist. Level 7. Das schaffen wir doch, oder? Gucken wir mal, was Säure abzieht. Ja, Säure macht ganz gut. Lockduft. Säure macht ganz guten Schaden. Absorber kannst du vergessen. Ich bin auch Pflanzen-Pokémon. Sag ich doch. Hat sich auch nicht den Arsch retten können vor einem 2-Hit-KO. Und Level 12. So wollen wir das haben. Jetzt kommt Knofenza. Den hauen wir auch noch um. Und dann machen wir ein bisschen Off-Screen-Leveling wahrscheinlich. Auch in dem hohen Gras. Mit Knofenza. Wenn dieser Kampf hier vorbei ist, dass die Parts nicht allzu lang werden. Wir wollen ja nicht nur die ganze Zeit leveln im hohen Gras sehen, sondern wollen ja auch Erfolge sehen, oder? Okay. Dann spüren wir ein bisschen vor. Und hier cutte ich dann auch mal. Wir sehen uns gleich. Jetzt sind wir vorzeitig doch wieder da, weil in einem Kampf nämlich eine Noturzel erschienen ist und ich Interesse habe, dieses mitzunehmen. Wollen wir noch mal gucken. Und es ist One-Hit. Das hat sich ja gelohnt, Leute. Wollen wir noch mal gucken, was jetzt im nächsten Kampf kommt. Grad wieder cutten. So, da sind wir aber wieder. Wir haben gerade Naoko, unser Miracle, ein bisschen gelevelt. Sind noch dabei, ein paar Level zu machen. Beziehungsweise das Level hier zu Ende zu bringen. So, jetzt ist es Level 16. Dann würde ich sagen, ist das auch in Ordnung so mit dem Level. Suchen wir noch mal das Pokémon Center und dann gehen wir mal weiter nach rechts. War alles in Jubelstart vorerst erledigt. Pokémon Center spulen wir vor. Ist ja immer das Gleiche. Dann geht's hier lang. Da wartet auch schon dieser Kerl auf uns. Level. Ach. Wir sind nämlich ganz schlau heute. Wir haben uns die Kompons vorhin eingesammelt. Haben aber nicht, ähm, den Typen hier angelabert, um unser Pokéch abzuholen. Da ist unser Pokéch. Sieht man jetzt auf dem rechten Screen. Da wird eine Uhr angezeigt. Noch ein paar andere Sachen. Ich geh das jetzt mal gerade mal durch, was es da alles gibt. Ein Taschenrechner. Ähm, das ist glaube ich der Schrittezähler. Genau, der ist manchmal recht nützlich. Unser Team. Und die Uhrzeit. So. Hey, Belias. Und schon stärker geworden? Ich? Da musst du noch fragen. Natürlich bin ich stärker geworden. Pa. Und weißt du was? Das zeige ich dir sogar. Unser Kampf gegen den Rivale Khan. Und da steht wieder Pokémon-Trainer Edgar. Seltsam okay hat ein Tusker. Da starten wir mit Naoko durch. Und probieren es doch mal mit Stachelspore. Erstmal hier paralysieren. Sehr erfolgreich. Konnte nicht angreifen. Und jetzt gehen wir mit Säure drauf. Sogar sehr effektiv. Und er ist One-Hit-Down. Hätten wir uns das Paralysieren sparen können. Blumander. Blumander. Probieren wir es mal. Hoffen wir mal, dass er uns nicht One-Hit-It mit seinem Blumander. Das ist nämlich schon Level 10. Dann machen wir das gleiche Prinzip. Oh, Rauchwolke. Senkt die Genauigkeit, genau. Stachelspore. Jetzt mit Säure drauf. Gucken, wie weit wir damit kommen. Oh, fast One-Hit. Jetzt setzt er Heule ein. Dann ist Blumander auch schon Geschichte. Noch einmal Säure. Und dann hat unser Pokémon Naoko schon guten Erfolg gemacht hier. Oh, Trank. Ich hätte es besser wissen müssen. Trotzdem beißt Blumander ins Gras. Es greißt garantiert nicht ins Gras. Und hier kommt auch schon Krabi. Sein letztes Pokémon. Oh, das ist ja schwächlich. Also, da habe ich nur Naoko gebraucht. Da musste Sparta gar nicht zum Zug kommen. Gute Arbeit, würde ich sagen. Hat sich gelohnt, sich das Myrapla zu fangen. Das ist eine gute Bereicherung, Naoko im Team zu haben. Wie kann das nur passieren? Ich habe verloren. 1200 Poké-Dollar. Die können wir gebrauchen. So, jetzt will er nie wieder verlieren, sagt er. Und jetzt geht er nach Erzeligen zum ersten Arena-Leiter. Und wir haben zwei Pokémon auf Level 16. Wir wollen jetzt aber erstmal Sparta ein bisschen weiter leveln. Am besten... Ah, ich dachte, das ist eine Trainerin. Bei diesem Teenager hier. Der Elan meiner Pokémon überträgt sich auf mich. Zipurze, Zubat, los! Und lass mich raten, er hat keins der beiden Pokémon dabei. Sag ich doch, Griffel. Soviel zu Zipurze, Zubat. Griffel machen wir mit Ruckzuck-Keep. Soviel zu Zipurze, Zubat. Das hat sich alles gut gelohnt. Und Teenager Philipp ist besiegt. Hier finden wir noch einen Pokéball. Da kommt der nächste Teenager, der gegen uns kämpfen möchte. Mein Shinox ist immer in meiner Nähe. Wir haben eine enge Bindung. Was ich nicht raten, kein Shinox. Sundine. Stellt auch kein Problem für unseren Sparta dar. Der sollte mit Absorber richtig reinhauen können. Ich hoffe es kann mal. Genau, One Hit Down. So wollen wir das sehen. Und Rettern kommt auch hinterher. Oh, der überlebt einen Angriff. Macht Wickel. Sollte aber nicht wirklich was machen. Und dann ist er auch weg vom Fenster mit dem nächsten Weg zu Keep. Und wir steigen auf der W17 auf. Teenager Detlef. So traurig und so niederschmetternd. So, den einen machen wir noch. Und dann war es das wieder mit dem Part. Bevor ich den Leiter der Pokémon-Arena herausfordere, werde ich meine Fähigkeiten an dir testen. Mal sehen, wer danach den Arena-Leiter herausfordert. Teenager Sebastian oder ich? Nidoran nennen mich Level 5. Und Nidoran beißt auch ins Gras. Vokano, unser guter Freund, das Feuer-Pokémon. Ob da ein Ruckzuck-Heep reicht? Ich bezweifle es gerade irgendwie. Wusste ich doch. Brüller. Ah, und jetzt kommt wahrscheinlich so was Tolles wie... Ah, Glück gehabt. Ich dachte, jetzt kommt schon, ähm... Toitobot in den Kampf. Das wäre ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber Naroko rettet den Tag und levelt auch gleich auf, nehme ich an. Genau, perfekt. Schlafpuder, das brauchen wir. Das ist echt gut. Unsereit ist mir tut, aber Giftpuder ist nicht ganz so nützlich wie Schlafpuder. Für Vergiften ist Toxin viel, viel besser. Und jetzt kommt Hunduster, wir bleiben mal bei Naroko. Naroko auch was zu tun bekommt. Hier, Hunduster. Testen wir doch gleich mal unser Schlafpuder aus. Wirkt auch direkt. Und Hunduster geht pennen. Und mal mit Säure draufhauen. Und Teenager Sebastian scheint besiegt zu sein. So, das war's dann auch bis hierhin. Ja, wir sehen uns im nächsten Park. Ciao. 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 Vielen Dank.